Uwe! Manfred! Essen kommen! Käse! Käse! Käse für alle. Darf ich mal in dein Los-Topf schauen? Was ist denn in dem großen Topf? Eicheln! Für die Schwange? Nein, das sind Lose. Für den Jahrmarkt. Zu Ehren der Königin von Nostria. Das Spiel möchte aber auch wirklich, dass ich das zweideutig verstehe. Ich lege jede gezogene Eichel in diese Schachtel. Na, so viele. Die Gewinne-Eicheln habe ich kleine Muster gemalt. Und wie du siehst... Gut, aber womit verschließe ich das Haus jetzt? Wir verschließen das Loch einer Schnecke mit unserer Eichel. Nur, falls es euch interessiert. Interessant. Interessant. Die Eichel verschließt das Schneckenhaus wie ein Pfropfen. Oh Gott. Ich sollte sie trotzdem noch irgendwie befestigen. Oh Gott.